Partner? Wir wollen nicht dein Partner sein. Ich wollte sagen, dass es ziemlich cool ist, aber mit dem ganzen Eis-Motief ist es so, wie ich eine Lame-Pun habe. Ich bin hier, um meine Stadt zu retten. Natürlich bist du, denn du bist ein Hero! Das ist toll! Oh, ich bin einfach ecstätig, dass du die Dinge in meinem Weg gesehen hast. Ich bin froh! Ja, super Anfang. Wie Luna gelandet ist und sich so kurz abgeschüttelt hat. Ohne uns wärst du ja nicht mehr hierher gekommen. Um... Ich bin froh! Jetzt ist sie so süß. Oh Mann, die Arme Doch, Stella. Die beiden müssen wir auch später auch retten, also mindestens Wars. Die beiden müssen wir uns nicht mehr machen. Das war... Das war ein Schiff zu weit. Aber nur weil ich kein Schiff mit einem Schiff auszuladen, sie denken, sie können einfach über mich gehen. Radar! Sie denken... Sorry, ich musste das aus meinem Kopf. Ich muss Sie sich daran erinnern, dass da draußen, der Welt ist in Eternal Night. Und es gibt viele Menschen in Beacontown, die wir auf uns beten. Du bist richtig. Was? Also, Radar. Verstehe ich. Was? Sorry, Petra. Ich muss mit ihnen gehen. Sei sicher, okay? Wenn du sicher bist. Ich wusste, dass du die smarten Wahl hast! This place ist huge! Ich bin gespannt, ob es wirklich einen richtigen und einen falschen Weg gibt. Ganz ehrlich, ich möchte hier nicht durchfahren. Und schon gar nicht, wenn man hier geköpft werden kann. Oder einfach mal von der Bahn fliegen. Raider? Nee, 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 nee. Reiß dich zusammen. So, was gibt es hier nicht? Genau. Reiß dich zusammen. Ja. Ich werde besser in einem... Huuuuhh. Oh, Raider. Pull it together. Feeling okay. Ja... Ich weiß, ja nicht. Das ist gut, oder? Okay, einen Trichter, den gucken wir uns erstmal an. Gut. Haben Sie irgendetwas dabei? Also Stella. Gut, Schießstand, können wir uns ja mal angucken? Gut, mehr sagt sie da nicht. Da werden wir, denke ich mal, mit einem Pfeil gegenschießen müssen, um das Ganze anzumachen. Wieso Flucht? Ich wollte die abbauen, damit wir Faden haben. Gut. Gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein wenig Holz und wir reden trotzdem einmal. Kann ja nicht schaden. Gut. 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 Ich hoffe. Gut, ich muss irgendwie noch an Holz kommen. Okay, hier kommen wir gerade nicht mehr hin. Die Tür brauchen wir uns gerade noch nicht angucken. Wir wissen ja, dass sie aufgeht, wenn wir hier durch sind. Holz haben wir ja gar nicht dabei, ne? Irgendwo muss es doch Holz geben. Da! So, jetzt können wir einen Bogen bauen. Wir haben 50 Pfeile, die sollten ja ausreichen, oder? So, einen Bogen bauen. Das kriege ich auch ohne Rezept noch hin. Nice. Sweet! Let's tear up some targets, huh? He really reminds me of us. You know, back in the day, eager to make his mark. Always ready for whatever's around the next corner. He's lucky to have you. Giving him a helping hand and all. Yeah. He'll learn from the best. Ein bisschen hat Lucas ja recht. Wir waren ja damals... Ähnlich. Schießen. Okay. Das ist so cool. All right, Lucas. Let's show the admin who he's messing with. Nice and easy. Ich will gerade sagen, ich habe doch alle getroffen. Ach so. Was? Aua. Ah. Okay. Gut, das ergibt auch Sinn. Also nochmal. Eins, zwei, drei. Komm, Ding. Na ja. Versuch mich hier zu verarschen. Noch eine Runde. Ich versuch mich hier immer so ein bisschen zu beeilen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ja irgendwann mal schwerer werden muss. Und dass ich denn nicht alle treffe, weil ich nicht genug Zeit habe. Hä? Keine feindlichen Mobs? Wieso soll ich denn keine feindlichen Mobs treffen? Ich meine, die sind feindlich. So. Okay. Sehr, sehr gut. Du kannst es uns gar nicht zu schwer machen. Du kannst es uns gar nicht zu schwer machen. Du kannst es uns gar nicht zu schwer machen. Wir sollten Gas geben. Der verliert den Kopf. Okay. Das war so klar. Ich habe doch gesagt, einen von denen müssen wir noch retten. Ich konzentriere mich. Danke, dass mir jemand die Hand gereicht hat. Toll. Die sind auch noch sportlich. Los und kommt. Ich habe dich ja. Alles gut. So, nun komm aber. Ah, wir sind los. Let's get out of here. Grr.